Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie vor. Es geht um die Immunogenizität einer einzelnen Dosis von SARS-CoV-2-Messenger-RNA-Vaxin bei organtransplantierten Patienten von Boyarsky aus JAMA. Die erste Dosis eines Messenger-RNA-SARS-CoV-2-Impfstoffs zeigte bei der Mehrheit der Patienten mit Organtransplantation keine nennenswertes Impfansprechen. Antikörperreaktionen wurden eher bei jüngeren Patienten ohne chronische Immunsuppression und bei denjenigen verzeichnet, die dem Messenger-RNA-1-273-Impfstoff erhielten. In dieser Untersuchung wurden 436 Transplantationsempfänger aus den USA, die über soziale Netzwerke rekrutiert wurden, die sich zwischen dem 16. Dezember 2020 und dem 5. Februar 2021 einer SARS-CoV-2-Impfung unterzogen hatten, eingeschlossen. Das Durchschnittsalter der Studienteilnehmer betrug 55,9 Jahre, wovon 61 Prozent weiblich waren. 52 Prozent der Transplantierten erhielten den BNT-162-B2-Impfstoff von Pfizer-BioNTech und 48 Prozent erhielten den Messenger-RNA-1-273-Impfstoff von Moderna. Die mediale Zeit seit der Transplantation betrug 6,2 Jahre, Interquartil-Range 2,7 bis 12,7 Jahre. Zu den am häufigsten transplantierten Organen zählten Niere, Leber, Herz. Die Erhaltungs- Immunsuppressionsregimen umfassten Medikationen wie Trakrolimus 83 Prozent, Mycophenolat 66 Prozent, Corticosteroide 54 Prozent, Azatrioprien 9 Prozent, Sirulismus 4 Prozent und Everulismus 2 Prozent. Etwa 20 Tage nach der ersten Impfdosis waren lediglich bei 17 Prozent der transplantierten 76 von 436 Teilnehmern Antikörper nachweisbar. Transplantatempfänger, die eine Immunsuppressionstherapie erhielten, entwickelten mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Antikörperantwort als diejenigen ohne Immunsuppressionstherapie. 37 Prozent versus 63 Prozent. Außerdem war ein höheres Alter mit einer schlechteren Antikörperantwort assoziiert. Im Vergleich zum Impfstoff BNT162b2 war die Wahrscheinlichkeit für eine Immunantwort nach der ersten Impfdosis unter Messenger 1 A1273 größer. 31 Prozent versus 69 Prozent. Signifikanter Unterschied. Die vorliegenden Ergebnisse mit relativ geringen Immunantworten bei Empfängern von Organtransplantat nach der ersten Dosis von Messenger 1 A1273 legen nahe, dass solche Patienten trotz Impfung ein höheres Risiko vor Covid-19-Infektionen haben könnten. Nachher schlussfolgern die Studienautoren, dass eine weitere Immunfenotypisierung von Transplantatempfängern nach der Impfung einschließlich der Charakterisierung der Gedächtnis-B-Zellen und T-Zellreaktionen sinnvoll erscheint. Dieses Vorgehen kann dabei helfen, geeignete Impfstrategien sowie weiteres Monitoring der immunologischen Reaktionen nach der zweiten Dosis zu etablieren. Zu den Einschränkungen dieser Untersuchung zählen, dass keine seriellen Messungen nach der Impfung durchgeführt wurden und keine Kontrollgruppe ohne Immunsuppression analysiert wurde. Darüber hinaus geben die Autoren zu bedenken, dass diese Ergebnisse lediglich die Impfantwort nach der ersten Dosis einer Zwei-Dosis-Serie widerspiegeln. Weite Informationen und Ergebnisse nehmen Sie der aktuellen Publikation im JAMA. Gäste des Dosis-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-S